Seit mehreren Wochen steigen die Fallzahlen von Covid-19 in Deutschland, Europa und großen Teilen der Welt. Im November gelten deshalb in Deutschland deutlich schärfere Kontaktbeschränkungen als vorher. Die Debatte über diese Maßnahme ist heftig und in der Debatte verlieren wir, glaube ich, Grundwissen über die Pandemie aus den Augen. Daher dieses Video. Was ist denn das Grundwissen, das wir dank der Wissenschaft haben? Und was bringt uns das für die Bekämpfung? Bevor wir tiefer einsteigen, ich komme zwar aus der Wissenschaft, habe aber kein Fachwissen aus der Medizin oder der Epidemiologie. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Es geht nur darum, zusammenzufassen, was andere herausgefunden haben, sodass ihr nicht 60 Folgen Coronavirus-Podcast nachhören müsst. Als Vorwarnung, es wird in diesem Video viel um kalte Statistiken von Todeszahlen gehen. Wenn das emotional belastend ist, dann ist dieses Video wahrscheinlich nicht so gut für euch. Jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, lasst uns anfangen. Zuerst mal, wie verläuft eigentlich ein Covid-19-Fall? Da ich keine besondere Ahnung von Medizin habe, bleiben wir ganz grob. Alles fängt damit an, dass ich infiziert werde. Das Virus kommt in meinen Körper und vermehrt sich dort. Erst mal merke ich davon nichts. Etwa 15 Prozent der bekannten Covid-19-Fälle, vor allem junge Menschen, bemerken nie, dass sie infiziert waren. Alle anderen, also etwa 85 Prozent, entwickeln irgendwann Symptome. Sie fühlen sich krank. Von diesen Personen werden die meisten binnen zwei Wochen wieder gesund. Aber etwa in 10 Prozent der Fälle ist die Erkrankung so schwerwiegend, dass sie ins Krankenhaus müssen. Von diesen schweren Fällen sind wiederum etwa die Hälfte so schwer, dass sie auf die Intensivstation müssen. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie hängen von Risikofaktoren ab, etwa dem Alter der Erkrankten. Von den Patienten auf der Intensivstation überleben etwa die Hälfte, die andere stirbt. Als Faustregel lässt sich festhalten. Wenn wir heute 1000 neue Fälle haben, werden davon nächste Woche etwa 80 im Krankenhaus landen, in zwei Wochen etwa 40 auf der Intensivstation oder in drei Wochen etwa 20 sterben. In diesem Modell erwarten wir also eine Fallsterblichkeit von ungefähr 2 Prozent. Das entspricht der gemessenen Fallsterblichkeit von Covid-19 in Deutschland. Fallsterblichkeit heißt, wie viele von den berichteten Covid-19-Fällen versterben. Infektionssterblichkeit hieße, wie viele von den tatsächlich Infizierten versterben. Randnotiz. Wie man Infektionssterblichkeit berechnet. Die Infektionssterblichkeit zu berechnen ist eigentlich leicht. Man zähle die Anzahl der Covid-19-Toten und teile durch die Anzahl der Infektionen. Das war's. Aber das Zählen ist das Problem. Wir wissen, dass eine große Menge Menschen wegen Covid-19 verstorben sein muss, weil die Anzahl der Toten in vielen Ländern in 2020 deutlich gestiegen ist gegenüber den Vorjahren. Aber im Einzelfall ist es schwer zu sagen, ob die Person an oder mit Covid-19 gestorben ist. Das macht das Zählen schwer. Bei der politischen Diskussion über Maßnahmen geht es aber um die Gesamtbevölkerung. Und dafür reicht es, wenn die Zahl in etwa wiedergibt, wie viele Menschen gestorben sind, die nicht verstorben wären, hätte es Covid-19 nicht gegeben. Ob Covid-19 dabei direkt oder indirekt verantwortlich ist, spielt keine Rolle. Die andere Schwierigkeit ist die Zählung der Infizierten. Viele Menschen fühlen sich nie krank, obwohl sie infiziert sind. Und viele Menschen fühlen sich sogar krank, aber finden die Symptome nicht schlimm genug, um sich auf Covid-19 testen zu lassen. Oder sie werden nicht schnell genug getestet. Oder sie ordnen die Symptome einer anderen Krankheit zu und lassen sich deshalb nicht testen. In jedem Fall gibt es eine Menge versteckte Infektionen, die in den offiziellen Statistiken nie auftauchen werden. Trotzdem lässt sich die Infektionssterblichkeit abschätzen. Und zwar dann, wenn eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung komplett durchgetestet wird, ob sie infiziert war, und in dieser Gruppe die Toten gezählt werden. Mit so einer Schätzung gehen Rashko und andere von einer Infektionssterblichkeit von 0,4 Prozent bis 1 Prozent aus. Levine und andere haben mehrere Schätzstudien ausgewertet und die Infektionssterblichkeit in Abhängigkeit vom Alter modelliert. Dabei haben sie einen exponentiellen Zusammenhang entdeckt. Bei etwa 62 Jahren liegt die Infektionssterblichkeit bei einem Prozent und mit 20 Jahren Altersunterschied verändert sich die Sterblichkeit etwa um den Faktor 10. Eine 42-jährige Person hat also etwa eine Infektionssterblichkeit von 1 in 1000, eine 22-jährige Person von 1 in 10.000, eine 82-jährige Person aber von 10 Prozent. Wir können dieses Modell jetzt kombinieren mit der Altersverteilung in Deutschland. Die sieht so aus. Damit kommen wir auf eine Schätzung der Infektionssterblichkeit in Deutschland von 1,15 Prozent. Die Fallsterblichkeit liegt in Deutschland bei 1,9 Prozent. Wir können also schätzen, dass wir ungefähr jeden zweiten Fall nicht in den Statistiken haben. Das ist also die Situation, die wir haben. Was können wir tun? Wir können versuchen, bei jedem Schritt in diesem Diagramm die Rate zu senken. Können wir die Intensivversorgung verbessern, sodass weniger Intensivpatienten sterben? Können wir die Krankenhausversorgung verbessern, sodass weniger Patienten auf die Intensiv müssen? Können wir generell dafür sorgen, dass weniger Erkrankungen so ernst werden, dass sie ins Krankenhaus müssen? Solche Interventionen sind allesamt bedeutend und können vielen Menschen helfen. Aber sie reichen höchstwahrscheinlich nicht aus. Dafür reicht eine einfache Rechnung. Nehmen wir an, wir könnten durch weltbeste medizinische Versorgung sicherstellen, dass im Schnitt nur noch 0,1 Prozent der Infizierten sterben. Und das ist wirklich optimistisch. Wenn wir nichts anderes tun, würde sich das Virus noch immer weiter ausbreiten, bis die Infektion durch Herdenimmunität von allein aufhört. Sagen wir, dazu müssten ungefähr 60 Millionen Menschen in Deutschland infiziert werden. Das bedeutet 60.000 Tote, 8 von 10.000 Menschen in Deutschland. Und wahrscheinlich würde es schlimmer laufen. Die USA haben eine ähnliche Strategie ja versucht. Und die USA haben bereits 236.000 Tote gezählt. Das sind bereits beinahe 8 von 10.000. Und die Tosiszahlen steigen weiter, denn die USA sind noch weit entfernt von einer Herdenimmunität. Im Juli wurden eine große Stichprobe der US-Bevölkerung auf Covid-19-Antikörper getestet. Und Antikörper konnten nur in 10 Prozent der Bevölkerung nachgewiesen werden. Inzwischen ist die Fallzahl in den USA noch einmal auf mehr als das Doppelte gestiegen. Aber trotzdem reicht das noch lange nicht für eine Herdenimmunität. Und in Deutschland sind wir noch weiter davon entfernt. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum es sinnvoll ist, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Es ist nämlich so, dass unser Gesundheitssystem nicht beliebig viele Menschen versorgen kann. Deutschland hat zum Beispiel aktuell ungefähr 30.000 Intensivbetten, von denen etwa 7.200 frei sind. Wenn ungefähr vier Prozent aller Infizierten auf die Intensivstation kommen und ungefähr zwei Wochen dort versorgt werden müssen, dann können wir uns innerhalb von zwei Wochen etwa 180.000 neue Infektionen leisten, bevor diese Betten voll sind. Und in den letzten zwei Wochen gab es schon über 180.000 neue Fälle in Deutschland. Es wird also absehbar eng. Denn was passiert, wenn nicht mehr alle Menschen aufgenommen werden können? Dann ist egal, wie gut die Medizin an sich wäre, die Menschen bekommen sie nicht. Und die Sterblichkeit steigt. Sowohl Infektions- als auch Fallsterblichkeit. Das hatten wir auch schon im Frühjahr diskutiert. Flatten the Curve hieß es damals, genau deswegen. Und die gleiche Überlegung gilt noch heute. Wie können wir also verhindern, dass viele Infektionen gleichzeitig stattfinden? Dafür ist es sinnvoll, sich anzuschauen, wie sich Infektionen in der Bevölkerung verbreiten. Sagen wir, ich bin infiziert. Wie viele andere Leute kann ich dann anstecken? Das hängt von zwei Dingen ab. Erstens, mit wie vielen Menschen ich Kontakt habe. Und zweitens, wie hoch die Wahrscheinlichkeit bei jedem Kontakt ist, die Infektion zu übertragen. Wenn ich mich nur kurz treffe, Abstand halte und so fort, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei vier Prozent. Längere Treffen in geschlossenen Räumen steigern die Wahrscheinlichkeit auf vielleicht zehn Prozent. Sagen wir mal, ich stecke drei von meinen Kontakten an. Wie geht's dann weiter? Das Problem ist, dass die gleiche Überlegung jetzt für alle Leute gilt, die ich angesteckt habe. Und da sind ja schon drei. Alle von denen stecken jetzt nochmal neue Leute an. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber im Durchschnitt mehr als eine Person. Sagen wir, es läuft im Schnitt auf 2,5 Personen raus. Das ist übrigens der berühmte R-Wert, von dem so viel geredet wird. Wenn wir das mit der Zeit fortführen, ist das Wachstum enorm. Sagen wir, wir starten mit zehn Infizierten. Mal 2,5 macht 25. Mal 2,5 macht ungefähr 63. Mal 2,5 macht ungefähr 157. Mal 2,5 macht ungefähr 390. Mal 2,5 macht ungefähr 1000 und so fort. Das ist, was exponentielles Wachstum bedeutet. Es ist nicht nur so, dass die Infektionen mehr werden. Auch die Anzahl der neuen Infektionen wird mehr. Und die Geschwindigkeit, mit der die neuen Infektionen zunehmen, wird auch mehr. Und die Geschwindigkeit der Geschwindigkeit wird auch mehr. Und so weiter. Exponentielles Wachstum ist so. Und es bleibt so lange exponentielles Wachstum, wie eine Person im Schnitt mehr als eine weitere Person ansteckt. Um nochmal zu verdeutlichen, wie gefährlich das ist. Am Beginn der Pandemie, damals im Februar und März, hat sich die Infektion in vielen Ländern der Welt fast ungehindert ausgebreitet. Das hieß, dass sich die Anzahl der Infizierten alle zwei Tage verdoppelter. Bei dieser Verdopplungsrate können aus zehn Infizierten binnen 44 Tagen 40 Millionen Infizierte werden. Das sind etwas mehr als sechs Wochen. Und das ist keine bloße Theorie. Wir konnten die letzten Wochen in Deutschland exponentielles Wachstum live beobachten. Hier sind die neuen Fälle in den letzten Wochen. Und hier ist eine Exponentialfunktion. Bis letzte Woche hat sich die Anzahl neuer Fälle etwa alle zehn Tage verdoppelt. Aktuell sind wir bei etwa 100.000 neuen Fällen pro Woche. Und die letzten Wochen zusammengenommen geht es um ungefähr 250.000 Fälle. Und die Infektion geht durch alle Altersgruppen. Bei einer Fallsterblichkeit von zwei Prozent müssen wir also jetzt schon mit 5.000 Toten binnen der nächsten Wochen rechnen. Wenn die Verdopplung alle zehn Tage sich fortgesetzt hätte, wären in einem Monat etwa 1,5 Millionen neue Fälle entstanden. Das macht mehr als 25.000 Tote. Und viele davon werden jetzt glücklicherweise nicht sterben, weil sich das exponentielle Wachstum nicht fortsetzt. Trotzdem werden die Zahlen erstmal noch weiter steigen und dann erst wieder sinken. Diese Welle ist noch nicht ausgestanden. Je weiter wir die Infektionszahlen senken, desto mehr Leben retten wir. Die Steigerung der Fallzahlen liegt auch nicht nur daran, dass mehr getestet wird. Es wird mehr getestet, das stimmt, aber wir können ja gar nicht exponentiell mehr testen. Wer es ganz genau wissen will, hier ist die Kurve der positiven Tests geteilt durch die Anzahl der gemachten Tests. Das gleiche exponentielle Wachstum bis letzte Woche. Etwas längere Verdopplungszeit, aber das gleiche Verhalten. Und um ganz sicher zu gehen, hier ist auch nochmal die Kurve der Covid-19-Intensivfälle. Auch hier finden wir ein exponentielles Wachstum mit Verdopplungszeit von etwa elf Tagen. Dieses Wachstum setzt sich bis heute fort, weil es ja eine Verzögerung gibt, bis infizierte Menschen erkranken, ins Krankenhaus kommen und auf die Intensivstation müssen. Also zusammenfassend, es hilft alles nichts. Keine bessere Medizin, keine Herdenimmunität. Die Anzahl der Infektionen muss runter, wenigstens die Anzahl der Infektionen, die schwer verlaufen. Was also tun? Die Risikogruppen schützen. Zwei Positionspapiere haben in den letzten Wochen Wind gemacht. In den USA die Great Barrington Declaration und in Deutschland das Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Papiere sind unterschiedlich und sollten nicht in einen Topf geworfen werden, aber zwei Kernforderungen sind in Papieren gemein. Erstens, wir sollten unsere Ressourcen auf den Schutz von Risikogruppen fokussieren und bei denen die Infektionen verhindern. Und das ergibt im Prinzip Sinn. Es leuchtet ja total ein, Infektionen insbesondere bei denjenigen zu verhindern, die ein hundertfaches, vielleicht sogar tausendfaches Risiko für schwere Verläufe und Tod haben. Zweite Forderung, wenn wir das tun, dann brauchen wir beim Rest der Bevölkerung weniger Einschränkungen. Auch das ergibt im Prinzip Sinn. Wenn ein Großteil der Bevölkerung von der Krankheit kaum gefährdet ist, erscheint es ja auch nicht besonders verhältnismäßig, denen starke Regeln aufzuerlegen. Aber es ergeben sich zwei schwerwiegende Probleme. Zum einen sind die Risikogruppen enorm groß. Die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert als Risikogruppen etwa alle Personen ab 60, alle Personen mit Lungen- oder Herzproblemen, alle Personen mit Diabetes und alle Personen mit Immunerkrankungen. Das sind ganz schön viele Menschen. Allein 28 Prozent der Deutschen sind über 60. Wenn man eine so große Gruppe schützen will, kann man kaum von einer Fokussierung der Ressourcen sprechen. Noch schwerwiegender ist aber ein anderes Problem. Wenn wir allen anderen kaum Regeln auferlegen, kann sich die Infektion dort exponentiell verbreiten. Und dann wird auch der Schutz der Risikogruppen immer schwieriger. Denn die Isolation der Risikogruppen von Nichtrisikogruppen kann bei einer so großen Anzahl von Menschen ja gar nicht perfekt funktionieren. Also wird es dazu kommen, dass die Infektion aus den Nichtrisikogruppen überschwappen kann in die Risikogruppen. Und das wird umso mehr der Fall sein, je mehr Personen in den Nichtrisikogruppen bereits infiziert sind. Im Ergebnis ist also der beste Schutz für die Risikogruppen, die Infektionszahlen auch in den Nichtrisikogruppen gering zu halten. Isolation nach Symptomen. Eine der einfachsten Maßnahmen ist es, Menschen darum zu bitten, sich zu isolieren, wenn sie merken, dass sie krank sind. Ob es Covid-19 ist oder etwas anderes, ist dabei egal. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Das ist ja auch nichts Neues. Für die Bekämpfung von Covid-19 reicht dieses Mittel allerdings nicht aus. Zum einen halten sich nicht alle Menschen dran. Aber selbst wenn eine Fehlzahl, wahrscheinlich sogar eine Mehrheit der Infektionen passiert, während man selbst noch gar keine Symptome hat, sich also noch gar nicht krank fühlt. Es ist also wahrscheinlich, dass ich erst mehrere Personen anstecke, mich erst dann krank fühle und mich dann isoliere. Der R-Wert sinkt vielleicht etwas, aber nicht unter 1. Testen, Tracen und Isolieren. TTI. Die Isolationsstrategie lässt sich aber unterstützen durch Testen und Tracen. Mit einem Covid-19-Test lässt sich nachweisen, ob ich tatsächlich Covid-19 habe und nicht eine andere Krankheit. Wenn ich das weiß, kann ein Gesundheitsamt mit meiner Hilfe tracen. Das heißt, mit meiner Hilfe alle Personen finden, mit denen ich die letzten Tage Kontakt hatte und die anrufen. Diese Kontakte können sich dann bereits isolieren, auch wenn sie noch keine Symptome haben. Das heißt, wir haben bei diesen Leuten bereits Zeit gegen die Infektion gewonnen. Und wir können meine Kontakte auch wieder testen und wenn die positiv sind, ihre Kontakte nachverfolgen und so fort. Wichtig dabei ist Gründlichkeit und Timing. Je größer der Anteil meiner Kontakte ist, die wir beim Tracing finden, und je früher wir diese Kontakte anrufen und isolieren, desto mehr Infektionen können wir verhindern. Das alles erfordert viel Handarbeit. Als Faustregel gilt, dass die Gesundheitsämter TTI schaffen für bis zu 50 neue Infektionen pro Woche und pro 100.000 Menschen. In Deutschland liegen wir aktuell aber bei 124 neuen Infektionen pro Woche und pro 100.000 Menschen. Teilweise lässt sich Handarbeit auch automatisieren. Wenn die Corona-Warn-App bereits die meisten Kontakte automatisch tracet und informiert, braucht sich das Gesundheitsamt nur noch um die Tests kümmern und um Kontakte, die die App nicht installiert haben. Außerdem geht die Benachrichtigung durch die App wesentlich schneller und gewinnt damit noch mehr Zeit gegen das Virus. Schon im April hat eine Studie nahegelegt, dass wir die Pandemie stoppen könnten, wenn 60 Prozent der Bevölkerung so eine App installieren und sich 60 Prozent der Nutzenden an die Isolationsanweisungen halten. Aber selbst mit perfekter Technik bleibt bei TTI ein wesentlicher Punkt unberücksichtigt, nämlich die versteckten Fälle. TTI fängt da erst an, wenn wenigstens ein positiver Test vorliegt. Viele Menschen lassen sich aber nie testen. Für die findet TTI nicht statt, ob mit App oder ohne. Was können wir dann noch tun? Die AH plus L-Regeln. Alltagsmasken, Hygiene, Abstand halten und Lüften. Das sind die AH plus L-Regeln. Und die helfen. Mindestens zu Masken, Abstand und Lüftung gibt es inzwischen zahlreiche Studien, die die Wirksamkeit prüfen und belegen. Alle diese Regeln reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion übertragen wird. Und wir erinnern uns, der R-Wert ist die Anzahl der Kontakte mal die Übertragungswahrscheinlichkeit. Wenn die Übertragungswahrscheinlichkeit sinkt, sinkt auch der R-Wert. Wenn der R-Wert unter 1 sinkt, dann stoppt die Verbreitung. Die AH plus L-Regeln sind deshalb besonders wichtig, weil sie auch versteckte Fälle betreffen. Denn ich soll mich ja immer daran halten, ob ich nun weiß, dass ich infiziert bin oder nicht. Und die Regeln einzuhalten, ist ein vergleichsweise kleiner Eingriff in den Alltag. Im Prinzip kann es sein, dass die Kombination aus TTI und AH plus L-Regeln allein genügt, um die Infektion zu stoppen. Andererseits haben wir das ja die letzten Monate probiert und es hat nicht gereicht. Das kann daran liegen, dass TTI und die AH plus L-Regeln nicht konsequent genug durchgeführt wurden. Vielleicht würde es ja reichen, wenn wir besser werden würden. In der letzten Zeit hat es aber eben nicht gereicht. Ein Grund dafür kann sein, dass Covid-19 sich besonders durch Superspreader-Ereignisse verbreitet. Das heißt, dass nicht alle Menschen gleich viele andere anstecken. Genauer, nicht alle Menschen stecken genau andere Menschen an. Die meisten stecken nur eine oder gar keine andere Person an. Aber dafür gibt es ein paar Menschen, die ganz viele Leute auf einmal anstecken. Wichtig dabei, das liegt nicht unbedingt an den Menschen selbst. Es kann einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände sein. Viele Menschen in einem Raum, die AH plus L-Regeln, werden nicht perfekt eingehalten, es wird laut gesprochen und so weiter. Auch wenn man fast seinen gesamten Alltag lang alles richtig macht, können ein paar Stunden für ein Superspreader-Ereignis ausreichen, bei dem plötzlich viele Menschen auf einmal angesteckt werden. Was also können wir dagegen tun? Kontaktbeschränkungen. Kontaktbeschränkungen bedeuten, die Anzahl der Menschen zu beschränken, mit denen man Kontakt haben darf. Das ist in vielen Formen möglich. Im Extremfall ist es eine Ausgangssperre, also ein Lockdown, bei dem man sich wirklich mit niemandem mehr treffen darf. Aber so extrem war es ja in Deutschland nie und ist es auch jetzt nicht. Es sind immer noch Kontakte erlaubt, nur die Anzahl ist halt beschränkt. Kontaktbeschränkungen sind besonders geeignet, um Superspreading zu vermeiden. Wenn ich nur noch mit fünf Leuten statt 50 Leuten in einem Raum bin, dann kann ich auch nur noch fünf Leute infizieren. Es wird also von einem Superspreader-Ereignis nur noch zu einem Spreader-Ereignis. Das ist zwar immer noch mehr als nur eine Person, die ich anstecke, aber weil die allermeisten Menschen ja sowieso nur eine oder gar keine weitere Person infizieren, kann das reichen, um den R-Wert unter 1 zu bringen. Nochmal anders gesagt, der R-Wert ist die Anzahl der Kontakte mal die Übertragungswahrscheinlichkeit. Wenn das Senken der Übertragungswahrscheinlichkeit allein nicht ausreicht, dann bleibt ja nur noch das Senken der Kontaktzahl, um den R-Wert unter 1 zu bringen. Auch die Forschung zeigt, dass das wirkt. Zusammenfassung. Was also tun? Was ist also die beste Kombination von Maßnahmen? Was rettet möglichst viele Leben, verhindert möglichst viele schwere Verläufe, schränkt aber gleichzeitig möglichst wenig ein? Naja, weiß ich halt auch nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Aber fassen wir nochmal das Basiswissen zusammen. Erstens. Wenn man nichts dagegen tut, breitet sich die Infektion exponentiell aus. Wenn man das nicht will, muss man das exponentielle Wachstum möglichst früh unterbrechen. Zweitens. Es gibt versteckte Fälle. Das heißt, viele Menschen werden nie getestet. Das kann man verringern, aber wahrscheinlich nicht verhindern. Drittens. Nicht jede Person steckt gleich viele Leute an. Covid-19 breitet sich viel über Superspreader-Ereignisse aus. Und es fügt sich, dass es für jeden dieser Punkte eine Maßnahme in unserem Werkzeugkoffer gibt. Erstens. TTI kann das exponentielle Wachstum früh unterbrechen. Zumindest für die getesteten Fälle. Mehr Tests und die Corona-Warn-App können TTI unterstützen. Aber TTI findet versteckte Fälle nicht. Deshalb brauchen wir auch zweitens die H plus L-Regeln, um die Übertragungswahrscheinlichkeit zu senken, auch bei versteckten Infektionen. Da sich nicht immer alle daran halten können, wird es aber wahrscheinlich trotzdem Superspreader-Ereignisse geben. Deshalb brauchen wir auch drittens Kontaktbeschränkungen. Insbesondere eine maximale Größe von Events. Dabei gilt, wenn die Fallzahlen zu groß sind, wie jetzt gerade, dann funktioniert TTI nicht mehr und wir brauchen mehr Kontaktbeschränkungen, um die Fallzahlen auf ein Niveau zu senken, wo TTI wieder möglich wird. Aber je kleiner die Fallzahlen sind und je besser die H plus L-Regeln eingehalten werden, desto weniger Kontaktbeschränkungen sind nötig. Der Kampf gegen die Pandemie wird noch lange weitergehen. Je besser wir darin werden, je mehr Routine wir darin bekommen, desto weniger einschneidend ist es. Dabei lässt sich über Details streiten, aber der Grundkonsens sollte klar sein. Wir wollen verhindern, dass Menschen sterben oder schwer krank werden. Das geht nur, wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben. Die Infektionszahlen bleiben nur niedrig mit einer Kombination der drei Strategien TTI, AH plus L und Kontaktbeschränkungen. Viel davon können wir selbst im Alltag leisten. Wir können uns isolieren, wenn wir uns krank fühlen. Wir können uns testen lassen, wenn wir Covid-19-Symptome haben. Wenn wir uns testen lassen, können wir selbst unsere Kontakte anrufen und warnen, damit die sich isolieren können. Wir können die AH plus L-Regeln einhalten. Und wir können die Anzahl unserer Kontakte selbstständig reduzieren, so viel wir können. Das Gleiche gilt für Organisationen. Ist es wirklich nötig, dass wir zusammen in geschlossenen Räumen über lange Zeit arbeiten? Lassen sich Kontakte nicht doch reduzieren, auch wenn das Gesetz das nicht verlangt. Ich glaube, wir haben alles Wissen, das wir brauchen, um Covid-19 zu bekämpfen. Wir müssen es nur machen.